Wir erleben eine der heftigsten Wirtschafts- und Finanzkrisen, die man sich vorstellen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell nach 2008 wieder sich so dramatisch zuspitzt. Notenbanken und Staaten versuchen, alles Mögliche zu tun, um die Märkte zu stabilisieren. Und in dieser Situation gibt es jetzt Hedgefonds und andere Finanzmarktakteure, die versuchen, Gewinne zu machen bei fallenden Kursen, also von der Krise finanziell massiv zu profitieren. Die amerikanische Agentur Bloomberg berichtet, dass ein Hedgefonds über 14 Milliarden Euro eingesetzt, um gegen europäische Konzerne zu investieren mit Leerverkäufen. Das heißt, man versucht Aktien zu verkaufen, die man noch gar nicht hat, um sie sich erst dann zu besorgen, wenn man liefern muss, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Kurse niedriger sind. Das ist eine übliche Strategie in den Märkten. Für viele Wertpapiere ist sie verboten, seit den negativen Erfahrungen damit in der Finanzkrise nach 2008. Aber es gibt Bereiche, wo das immer noch möglich ist. Jetzt haben einzelne Finanzaufsichtsbehörden in Europa schon für einzelne Wertpapiere Stopps verhängt, um das zu stoppen. Ich meine, die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin müsste hier jetzt endlich auch mal aktiv werden, weil das betrifft auch deutsche Unternehmen, die am Aktienmarkt notiert sind. Optimal wäre es, wenn unter Führung der europäischen Aufsichtsbehörde ESMA es jetzt ein generelles Stopp geben würde für Leerverkäufe. Es darf nicht sein, dass diese Krise zur Gewinnmaschine für ein paar wenige wird. Das ist gut. Das ist gut.